Großer Ingenieur. Ich muss drauf. Deus Ex Machina. Genau. Okay, gut. Oh, Mann. Habe ich jetzt etwa nicht... Ja, egal. Ja, gut. Wieso ist Osakes die Hauptstadt? Nur weil sie jetzt auch einen Palast haben, oder was? Oh, Asaha. Ich möchte nicht, dass ihr die ganze Zeit irgendwelchen Müll baut. Das finde ich echt uncool von euch. Echt uncool von euch. Da sind auch nur zwei Truppen drin. Wer ist das? Ich habe hier einen Handel verschlagen. Verärgert. Natürlich der zweithöchstentwickeltste, bla bla bla. Was auch immer. Egal. Das ist doch krass krank. Das wird nicht passieren. Das wird auch nicht passieren. Mann. Wir suchen doch immer wieder. Ja. Ich warte. Okay. Ach, der warte noch, bis alles hier sich... Ja. Genau. Krieger kann ich gar nicht mehr bauen. Achskämpfer 35 Runden. Klar. Immer gern. Ja. Ich hab ja... Verwachen. Ich hab ja... Eine große Persönlichkeit wurde... Mal wieder... Streik. Ich glaube, ich bin genau bei Null. Ich dachte, mit F2 kann ich ausblenden. Yo, ich bin genau bei Null. Das ist doch wunderhübsch. Schicht. So, ich will jetzt an dieses Eisen vorkommen. Ich bin jetzt einfach hier runter. Ich bin genau bei Null und es gibt Streik. Überall. Einen Handel vorschlagen. Achso, gut. Auf Wiedersehen. Einen Handel vorschlagen. Was verlangt ihr dafür? 1 von 1 Muscheln. Wir akzeptieren. Auf Wiedersehen. Der sagt, wer ist besser? Okay. Streik ist vorbei. Dem überlebt's. Minus zwei, die Runde. Bautropf. Das wäre abgewandt. Wann? Hoff ich. Jetzt brauchst du alles so lange, weil wir Streik hatten. Vielleicht beruhigt sich das alles gleich. Isabella, das Spanische Reich. Na ja, 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 auf Wiedersehen. Hochnäsige, Kleiner. Seid gegrüßt. Das Spanische Reich muss zerstört werden. Nein, ich kann mir keinen Krieg leisten. Das werden wir uns merken. Auf Wiedersehen. Isabella. Typisch Frauen, die machen nur Probleme. Ich dachte, meine Freundin hört das. Gut, sie hat's gehört. Sie hat nur nicht drauf reagiert. Wo kommen diese ganzen Schiffe her? Wer schannt euch? Wie bitte? Ja, genau. Die war in meinen Grenzen. Isabella, was machst du in meinen Grenzen? Betten? Ja, 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 ja. Das wird nicht passieren, lieber Gandhi. Jetzt ist Tokio die Hauptstadt. Diese kleine Stadt mit einem gar nichts, die einfach gar nichts hat, ist jetzt die Hauptstadt, weil da als letztes der Palast gebaut wurde. Also da, wo als letztes ein Palast gebaut wird, ist automatisch die Hauptstadt. Merken wir uns, was für die Zukunftskinder. Minus 12 die Runde? Diese Krieger nutzen wir sowieso nichts mehr. Das ist kein Tötungssymbol, das ist ein Entfernen. Also sie werden in die Gesellschaft eingegliedert. Sie gehen jetzt in die Stadt und suchen sich da einen neuen Job als Finanzberater und sowas. Das ist ganz normal. Schaut euch die an, die rennen hier in Pelzen rum, während die anderen alle ihre güldene Rüstung tragen. Ich meine, ein bisschen peinlich ist das, was wir machen. Deswegen müssen sie leider weichen. Ich könnte sie jetzt auch hochstufen, aber funktioniert nicht. Geht leider nichts. Aber das ist nochmal ein guter Krieger. Mega. Wo ist der Krieger hin? Da waren noch zwei gewesen. Mega. Das war nicht so vereinbar. Ich möchte keine Speer. Wieso machst du automatisch einen Schwertkämpfer? Ich möchte auch keinen Schwertkämpfer. Ich breche die Leute alle ab. Ich mache es doch nicht so kompliziert. Und ich sehe... Warum kommt sein Krieger so nah an die Grenzen? Wer ist das? Die Amerikaner. Macht alles automatisch. Lasst mich in Ruhe. Verschanzen. Meine Grenzen sind gerade gewachsen. Aber das ist jetzt... Verteiligungsbildnis. Das wird nicht passieren. Wir rennen. Auf Wiedersehen. Hört auf hier. Stuff zu erstellen. Palast. Wieso Palast? Also man kann nur einen Palast bauen, aber die... Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Aber okay. Alles cool. Und hier haben wir noch minus 6 die Runde. Verzieht euch Speer. Ich will kein Speer. Und ich will auch keinen Schwertkämpfer in der nächsten Runde haben. Und erstelle schon wieder einen Schwertkämpfer. Was ist denn los? Streik. Minus 7 die Runde. Desto mehr Truppen da sind, desto mehr muss ich bezahlen. Für die Truppen natürlich. Und die erstellen ununterbrochen die ganze Zeit Truppen. Warum? Warum erstellen sie die ganze Zeit Truppen? Es gibt jetzt überall Streik und alles dauert es wieder in Ewigkeit zu erstellen. Und ich lösche Krieger, sie erstellen Pferdekämpfer. Sollst du nicht. Nein. Du sollst auch kein Schiff erstellen. Gesundheit. Mann. So. Da kommt schon wieder ein Schwertkämpfer nach. Lass mich raten. Du wirst 2 Gold die Runde, ne? Du sollst einfach gar nichts machen. Einfach. Einfach gar nichts. Nichts erstellen. Gar nichts. Nichts erstellen. Ich weiß nicht. Nichts erstellen. Nein. 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 Ein Speer, was will ich mit einem Speer? Und da hinten wird schon wieder ein Katapult gemacht. Mach einfach gar nichts. Escape, weg da, nichts. Stadtsübersicht, ich will gar nichts. Oh, Kulturaufschläge. Bär abbrechen. Wie mache ich das, dass... Das, 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 das? Dass da einfach nichts kommt. Und dann, okay. Huh. Und dann, okay. 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 und beide machen Katapulte und wo kommt der Speer her schon wieder hat er in einer Runde einen Speer erstellt und macht als nächstes Katapulten in so einer halben Runde oh nein Gandhi hat irgendjemandem den Krieg erklärt ok ich bin voll unten mit dabei nein ich will nicht auf Wiedersehen wir haben schon 1800 nach Christus und ich bin mit der Technologie voll hinten dran ich mache Meditation glauben will ich nicht immer weg Wissenschaft Meditation das ist der hier ganz am Anfang eigentlich müsste ich schon weit hier hinten sein ich weiß nicht was so falsch gelaufen ist ich habe schon wieder minus 1 die Runde die Runde verkackig 76 Runden 76 Runden und der ist in der zweiten Reihe warum was mache ich diesmal falsch ich kann mich nie daran erinnern dass früher die Runden so gelaufen sind nach der schon wieder ein ding zerstellt weil ich immer da schon wieder an schwer war ich immer an der grenze der anarchie gerade also am streik herrsche weil ich immer um der grenze der armuts bin nein ich will keinen krieg auf wiedersehen na klar ein panzer äh panzer genau ein katapult wieso auch nicht die kosten ja nicht viel geld die runde auch der fragt mich was er erstellen soll ich möchte dass du gar nichts erstellt natürlich ein schwertkämpfer jetzt gemacht jetzt erstellt er war gar nichts das wird nicht passieren gar nichts cool wieso aber jetzt auch für die runde aber wir haben gerade streikt natürlich müssen wir erst in den streik geraten bevor wir plus für die runde aus irgendein grund kriegen 80 erstellen wieder katapulte also kommen jetzt ganz schnell ins minus da war schon der erste neue charakter da schon der zweite neue charakter auch plus 15 wieso die große persönlichkeit hört auf truppen zu erstellen ich will das nicht ihr treibt mich in den ruinen was euch machen die Leute davon abhalten mit dem Finger auf die Zeigen und sagen Stopp bei jedem Einzelnen ich meine der baut gerade ein Schiff nach dem anderen hier wir haben 1800 ich glaub's nicht gleich wenn ich gleich wenn die ersten Bomber über mich einfliegen und ich komm mit der Meditation ich weiß ich Meditation normalerweise kommt das ganz beim Anfang 2000 vor Christus und wir haben einfach mal fast 2000 nach es geht in 2er Schritten voran das wird nicht passieren am Anfang ging es ja in 20er Schritten voran also ich weiß nicht warum wir so weit unten sind ich weiß nicht wieso die Forschung nicht lernen möchte weil wir null prozent in Forschung investieren weil wir auf dem Streik waren und ich es nicht zurückgestellt habe jetzt verdienen wir wieder null die Runde ein Speer ja cool vernichten oh ein Schiff cool vernichten noch irgendwas neues nein Isabella hat Frieden geschlossen und wahrscheinlich hätte ich da jetzt angenommen das mit dem hilft mir beim Krieg wäre wäre ich noch im Krieg mit dem würde versuchen mit dem Frieden zu schließen und es würde nicht funktionieren typisch Frau hab dich lieb vielleicht nicht vernichtet ich weiß es nicht das wird nicht passieren oh endlich Meditation bedeutet Weisheit mangelnde Meditation bedeutet Ignoranz wisse was dich voranbringt oder hemmt ich werde jetzt jede Runde Katapulte und sonstiges und Bogenschützen alles umbringen müssen es geht man kann die ausschalten das weiß ich das habe ich früher immer gemacht ich weiß aber nicht wie gerade ich meine mehr als nachgucken kann ich nicht nicht so viel kann es ja nicht sein Oh, da werde ich einfach jede Runde irgendwelche neugeborenen Krieger einfach töten. Und ja, es ist töten. Es war, die suchen sich keinen neuen Job. Sie werden umgebracht. Muhaha. Am Rande der Verzweiflung. Nein, möchte ich nicht. Ihr kostet viel. Guck mal, der kostet zwei Geld, die Runde. Zwei. Und die erstellen mir gerade dauernd welche. Und deswegen komme ich gerade die ganze Zeit in den Streik. Und ich kann sie nicht dazu bringen, aufzuhören, zu produzieren. Buddhistische Tandemper. Das ist okay. Wen kannst du bauen? Von alleine zwar, aber warum? Wieso? Maschinenbau. Danke für das Geschenk. Ich bin so, 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 Punkt, 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 dass ich Geschenke von dem brauche. Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann. Hat der Ding schon fertiggestellt? Wieso fragt er nicht mal nach, was er bauen soll? Ich hätte rausfuhren sollen. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht haben andere Götter neben mir. Ich gebe nicht mal Papier. Ach, 1000 Punkte im Co-F-F-L. Ich bin der Herr, dein Gott. Frieden geschlossen, das mit dem Krieg ist gerade weg. Die Tröte kam zu spät. Wieso macht sie da drin nichts? Sonst habe ich so viele Bautrust, wenn die nichts machen. Ich bin der Herr, dein Gott. Nichts aus. Ein Pferd. Goldtourrunde. Ganz ehrlich. Was verlangt ihr dafür? Ein Pferd. Wir akzeptieren. Auf Wiedersehen. Verärgert. Auf Wiedersehen. Erfolg. Ich möchte über euch handeln. Was verlangt ihr hierfür? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vorsichtig. Ein Pferd. Cool, cool. Verärgert. Wieso ist er so verärgert? Ein Kupfer. Wir akzeptieren. Auf Wiedersehen. Fürs Erste. Es kann nicht mehr... ...durut sich überspringen sein. Einfach viel mehr in die Forschung stecken. Jetzt brauche ich keine 1000 Runden mehr. Das ist sprich... ...verklickt sich immer wieder. Doch, ich brauche immer noch 1000 Runden. Cool. Egal. 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 Oh, schön, schön. Oh, ein ballistisches Kloster. Was ging ich trotzdem noch um? Kann ich mir nicht leisten, ich hab nur zwei Quartierunde. Wieso baust du ein Schloss? Wieso baust du ein Schloss? War doch gleich alt nicht so ein Palast. Das ist die Produktionsautomatisierung. Glaube ich. Jetzt wird sie mich nächste Runde wieder fragen, was er bauen soll. Aber ich möchte, dass er gar nichts baut. Wow, 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 wow. Das wird nicht passieren. Das mächtige Volk Spanien verlangt. Ja, 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 ja. Ich lass mich von deinen Drohungen nicht einschüchtern. Ich weiß nicht, wie ich das nicht verletzt habe. Na, wiedersehen. Es war eigentlich Geld von mir, als ob ich Geld hab. Ich hab' da gerade auch ein Schloss. Man, ich glaube, er kann nicht von sooo schlecht. Okay. Nein, hoff. Find' ich noch gar nichts. So. Ich hab' da noch ein Aquaduct. Was macht ihr? Oh, cool. Chanto. 1858. 50. Das wird einfach ein Schloss. Oh, läuft. Da kann ja erstmal... Ich möchte bei denen aber einen... Eben. Hier wird gerade automatisch ein bisschen eingenommen. Ich würde gerne... Wieso kann ich nicht... Bürger? Wissenschaftler? Ingenieur? Ich würde da gerne hin... Gedünsen. Naja. Sollen machen. Oh, ich mach' auf Platz 5. Auf welcher Skala? Da, willige. Isabella, hoffenloser. Und sie kommt an mit glorreich Ding ins Kirchen. Ich will spenden von dir. Ich spenden, ich verlange. Ihr wisst schon. Na, 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 na. Sie wissen schon. Oh. Die Erde ist ne Kugel. Wurde vorher so flach angezeigt. Das mächtige folgte Akze... Azeteken. Nee. Verlangt. Nein. 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 Auf Wiedersehen. Es gibt zwei Städte auf der Welt. Die eine ist auf der Liebe zu sich selbst. Die andere auf der Liebe zu Gott errichtet. Das wird nicht passieren. Ich wird mit niemandem... Monarchier und 50 gold. Hm. Hintertäck. Weiter! Tja, 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 tja. So, Papier hat gerade angefangen. Na gut. Zu wem? Wer sind die Inkas? Nochmal. Wenn ich das so zu ihm sagen würde. Wer sind die nochmal? Ach so. Nein! Ich wollte freundlich sein. Das hat mir jetzt den Hals gebrochen. Jedes Ding ist wert, was der Käufer dafür zahlen will. Hm. Pong, 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 Pong. Hm. Wie ihre Soldaten hier direkt. Ich kann's auch mit denen. Mh, 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 mh. Oh, ich weiß, ich weiß. Oh, es passiert drei Runden auf einmal. Ich will lieber, dass es hier dahin geht.